Kann ich ein Weltrekord knacken? Beim 100 Meter Ball jonglieren liegt er bei 15,9 Sekunden. Mein Ziel ist, das jetzt zu überbieten. Dafür habe ich mich erstmal ordentlich warm gemacht. Das muss möglich sein, ich will das unbedingt schaffen. Noch einmal hin und her joggen, aber jetzt geht's auf die Startlinie. Also ich bin ja sowas von bereit. Und auf das Startsignal ging's dann auch los für mich. Ich bin mit dem Ball gesprintet wie ein Wild gewordener. Mein Kameramann kam rückwärts nicht mehr mit. Fazit, für den ersten Versuch war es schon ziemlich gut. Aber ich war noch ein bisschen zu langsam. Was meint ihr, soll ich dranbleiben?